Herzlich Willkommen im Sporthaus Harderla in Diepholz. Wir sind für Sie ein kompetenter Partner, wenn es sich um die Ausrüstung für Ihre sportlichen Aktivitäten handelt. Bei uns finden Sie garantiert die passende Ausrüstung für drinnen oder draußen. Neben den Basics, wie zum Beispiel lange oder kurze Sporthosen, präsentieren wir Ihnen aktuelle modische Trends. Für Tennis, Squash, Badminton oder Tischtennis haben wir eine große Auswahl an Schlägern im Angebot, inklusive Beseitungs-Service. Für Fußballspieler und Fans bieten wir eine große Auswahl an Fußballschuhen, Vereinstrikots, Fußballen und noch viel mehr. Und sportbegeisterte Kids finden bei uns die Fußballschuhe ihrer großen Vorbilder oder ein cooles Outfit für Sport oder Freizeit. In unserer Rubrik Running & Walking finden Sie sowohl Sport, Lauf als auch Freizeitschuhe bekannter Marken. Um jedem schlechten Wetter trotzen zu können, empfehlen wir unser umfangreiches Sortiment an Outdoor-Kleidung. Wie Sie sehen, gibt es bei uns viel zu entdecken. Wir würden uns freuen, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen.